Schön, wieder da zu sein. Das letzte Mal war in die Berge, da konnte ich leider nicht so lange bleiben. Und das zusammenzuführen im Sinne von Typen und situationsgerechter Führung, da möchten wir heute unter anderem drüber sprechen. Bei den D-Typen sehen die Straßen so aus. Immer geradeaus, sechsspurige Autobahn, damit maximale Geschwindigkeit möglich ist. Warum? Ein klarer Mensch, sehr schlechter Verlierer, will direkt zum Ziel und dahin heißt Pokal, Schale. Der geht auch übrigens zum Verkäufer, wenn der das Auto kauft, der weiß vorher schon alles über das Auto. Besser als der Verkäufer. Der fragt ihn trotzdem, warum? Der will ja sehen, ob er einen Experten hat oder einen, der es nicht weiß. Und nach einer Weile ging das besser. Und konnte ich mit dieser Emotion viel besser umgehen. Und mich dann mal für den Schiedsrichter gestellt hat, um zu sagen, sprechen Sie nicht mit den anderen, sondern sprechen Sie mich an. Auf eine Art, sodass er gedacht hat, aha, das gibt mir Ruhe, obwohl ich das Gleiche gesagt habe.